Justice Central. Willkommen. Version 2.04. Incoming Message. Copy your City Towers. Judge Red, we have reports of writing from the upper areas of the City Towers. You are required to investigate the cause of this disturbance and take the negative serious action. Wir haben ja die Skysurfer jetzt gewandert, ja. Ja, und alle Leute, die damit zu tun haben, auch verhaften. Ja, ich komme echt gut mit dem Spiel voran, muss man mir sagen. Zack, entschuldige. Ich glaube hier war... Ja, was war. Scheiße. Egal, ich bin Judge Red, ich bin wieder respawned. Ah, wow, wow, wow. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Ach, der Schrupfin heini ist wieder da. Schön, dass du mal wieder zu sehen bist. Aber ich komme da auch, glaube ich, das letzte Mal, dass ich euch alles sehe. Weil später kommen so wieder andere Gegner. Also sprich, kommen wieder, wieder... ...als die... ...schlimmere Gegner. Weil danach kommen jetzt noch die... ...nervzuckenden Gegner. Die hier gehen ja noch. Aber ich vermisse den einen Gegner hier aus Teil 1, der hier rumlief. Da, da, die da... ...das sind die Übeltäter hier. Die müssen wir nicht schnappen. Zack, kommt der! Eins... ...zwei. Ey, 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 ey! Zack, so wollen wir jetzt nicht frech werden hier. Ich würde mich hier mit dem Board verprügeln hier. Wollen wir mal frechen. Behaftet. Entschuldig. Ja, damit. Ja, ja, komm. Ey, mal, Freundchen! Na, was hast du vor, hä? Zack, weg war er. Wurde nie mehr gesehen. Verhaftet Das sieht irgendwie aus Ein bisschen so Cool geil aus Street Fighter Ja, 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 komm Komm, komm, wir knicken Ist das wieder hier? Nee, das ist ja dies Eigentlich mal ein Durchgang, denn ohne Gravitationsprobleme hier Komm mal, du wirst nicht frech Du bist verhaftet Ich schmeiße den Müll da rum Ich trete dich von Bord Ich muss mal wieder sauber machen Ja, das hier Du bist mal schön gechillt Oh Musst du eigentlich mit einem Panzer brechen Oh, das ist schon mal gut so angesammelt Brandbonnizon kann ich auch mal verbrauchen Aber ich glaube, ich benutze ihn für den Boss Was ich noch ein bisschen erzählen Ups Du Geier Komm mal, komm mal, komm mal Da So, den halten wir schon mal Hier ging es nochmal runter Naja Rosira mögen wir nicht Verhaftet So Verhaftet Ganz einfach Bräunchen Okay Hier Eiert nur einer rum Wo habe ich was übersehen Bitteschön Erklären Sie mir das Einer eiert hier rum Warum Warum Ich will jetzt nicht nochmal Was Sekundär vergessen Weil ich es verpatzt habe Da konnte ich auch nichts tun Weil ich da nicht vorausgeahnt habe Warte, dass man nicht zurückkehrte Irgendwo habe ich einen übersehen Ja, komm Wo eiert der rum Ich finde dich Du entkommst mir nicht Geil Aber widersetzt dich das Gesetz Das ist jetzt doof Warum passiert mir immer sowas Hier Prime Memory Objektiv Ich bin ernsthaft wieder durch die Heule Wildlandschaft Rennen Weil er Irgendwo so Eierkopf Wieder Rum Geeiert Das ist Habe ich ihn jetzt Ja Ne Übersehen Bitteschön Warte Ob ich doch jetzt veräpple Oder Irgendwo bestimmt so ein Gegner Da Wo du gar nicht Berechnet hast Dass der gar nicht Da war Da war ja der Abgrund Hä Ich schieße gleich mit meinem Panzerbrechen Patronen hier gleich durch die Gegend Und dann treffe ich irgendwann was Und dann ist es auch Sense Mache ich das auch gleich Mache mir auch kein Problem mit Ich bin jetzt gerade nicht Wo Habe ich nichts Dein Bitteschön Übersehen Wollt ihr mich veräppeln Wo Schickst du mich eigentlich Wo denn hier Na Haben wir hier irgendwo einen Sonnenlift Ja da komme ich ja da her Kurz mal nach links düsen Hm Keine Ahnung Wo soll jetzt der Ah Da oben Du Geier Warte Dich kriege ich Lieber Freund Hier Kommtakt Und du hast Du warst dabei Du hast nichts getan Also bist du automatisch schuldig So Ganz einfache Kiste Ja Kein Wunder Da ich da nicht hinkam Weil ich das nicht als Normal durchgang Registriert hab Alles klar Also ganz gechillt Und dann Hüpfchen machen So Ach guck mal Ich stecke zwei von euch hier Hä Ihr wollt euch hier verkrümmeln Und hier mit Waffe rumlaufen Nachladen Schön Ist die Welt Ja Egal Lauf jetzt hier lang Ja Nee Nix da hier Kontakt Da ist ja der Ausgang Zur nächsten Etappe Oh Nix übersehen Hier So Danke Danke Freelife Ich weiß Wurde Was springe ich hier einmal Justice Central Wird kommen Bla 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 Wieso das schon wieder Just let me know The right Worst In The right Shopper Aha So der Obermager Der daran schuld ist Der Der hat hier anzettelt Shopper Ja Der ist ja der Obermager Von den Borders Was hier Hier rumeiern Jetzt sind wir ja alle verhaftet Ach ja 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 Ich denke mich noch ein bisschen Auszug hier Opa Zack So was Wollen wir ja nicht haben Nein Jetzt hab ich Ausgesehen Irral Fire of that shield Brauch ich sowieso nicht Das shield ist so Nicht großartig zu nutzen Dafür Gut Guten Tag Schießt aber perfekt Junge Kann ich mir auch anders So Du Verzisch dich Warte die Klappe Komm mal Das ist nicht frech Guck mal So nicht Ah ja Ich erinnere mich so ein bisschen Jetzt wieder Komm jetzt so ein bisschen Ich glaube Dann kommt gleich der Boss Glaube ich War jetzt ein bisschen Zugewagt Hier meine Sprünge Aber egal Ich ziehe es trotzdem durch Boah Entschuldig Brauch ich Gar nicht probieren hier Ne Ich brauche auch nicht Nein Brauch ich probieren hier Das ist sein So Jetzt müssen wir einen Boss suchen Hier Ajax Der wird jetzt hier Da ist er ja schon Ich lasse es mal ein bisschen brennen Du Er schätzt dich ja Also Bist du Dann geht es direkt kaputt Oh Okay Perfekt Direkt noch mitgenommen Ich trete dich auch weg Weil ich es kann Primary Habe ich nicht noch Secondary Oder habe ich noch ein paar hier Ich hoffe Da müsste noch einer rumeiern Ah Warte mal Ich hoffe du bist das gewesen Oder nicht Okay Habe ich schon wieder Eine Person hier vergessen Oder Komm jetzt Mach dir keinen Mach mich eh nicht mad hier Sag mir Ich habe schon wieder Irgendwo was vergessen Hier Wieder irgendwo Eine Person zu festzunehmen Ganz ehrlich Jetzt habe ich auch keinen Bock Jetzt durch die Welt Ich will das Spiel So auch fertig haben Hatte ja einige Glück gehabt Aber denk daran Ich finde dich Dann wirst du wieder verhaftet Warte mal Ist mir auch ein bisschen Zu offensichtlich Hier Dann tun sie ja immer die Gegner So verstecken Oder war einfach nur Ach keine Ahnung Primär hervorheben Also Gut Dann würde ich mal sagen Wir sind uns dann In der Vorletzten Mission Bis dann Schönen Tag noch boots Schönen Tag noch Das ist mir aber immer eine